So. Letzter Versuch vor heute, würde ich sagen. Ja. So. Ah ja, die roten absintig. Ja, vor allem, wenn wir halt... Schnell deaktiviere den Alarm. Hast nur schon wieder Alarmangus gelöst. Ähm... FE, 5B... 5C... 2E... 2E hatte ich, glaube ich. 5C... 5C... 5C ist gut. Nee, 5C ist nicht gut. Nee, wir haben schon wieder... Verkackt. Ja. Ich renne gerade schon wieder weg. Alter, wir schaffen jetzt nicht, diesen ersten Fuck-Alarm auszuschalten. Vielleicht ist es wieder ein Bug und es gibt einfach keine übereinstimmenden Zahlen. Sehr schon bitter. Alter, jetzt kommt das blöde Sicherheitsprogramm auch noch hierher. Jetzt verpisst es sich wieder. Ja, nee. Idee. 4C... Aber der ist doch... 4C... Was ist er da? Sollst du den PC machen? Gut. Den anderen auch? Nee, Rhino kommt. Den kann ich hier klingeln lassen. Ja, nee, das ist scheiße für dich, glaube ich gerade. Geht schon. So, da jetzt erst im letzten Moment dieses Telefon bemerkt. Alter, das war knapp. Okay, abwärts. Ich weiß nicht, wo diese Firewall da ist. Ja, da... Wie wir ihn nicht gefunden haben. Nee, nee, da sind wir jetzt noch lang nicht. Okay, 68, 40, 27. 27. Geht zurück, zurück. Gut, nimm mal. Will hier raus. Ich wollte abbrechen. Der hat mich nicht abbrechen lassen, die Sau. Die Sau. Jetzt ist es richtig beschissen, weil ich bin ganz weit weg jetzt. Jetzt ist wieder dieser ganz lange Korridor. Ganz ans andere Ende. Ich glaube nicht, dass du da durchkommst. Ich glaube auch nicht. Nein, komm, ich opfer meine... Ich opfer meine... 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 Get out of jail free. Oh fuck, oh fuck! Aber ich bin kriegen wir auch mehr Punkte, wenn wir es auf schwer spielen. Kann sein. Und ich hoffe es. Wäre ja schlimm, wenn es gar nichts geben würde. Spielst du es auf schwer und kriegst dafür nichts. Was wäre denn das für ein Abfuck? Oh oh. Was ich das... Was ich das... Das Radar ist wieder. Ne, ich habe es gesehen. Positioniere mich gerade da. Wohin, wo ich nichts machen kann. Also wo ich nur... Wo mir nichts passiert. Oh 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 nein. Oh. Uff. Okay, jetzt hast du das. Gut, dann kann ich da rüber. Halt ja, die fahren aber auch einen Murks zusammen. Krieg ich es kratzen. Okay, wo müssen wir hin? Ähm. Hier nach oben. Also ich mach mal mit... Gib ihm Mr. Coffee. Nein, nicht nach da. Hier. Ne, hier kommen wir ja nicht weiter. Ach so, stimmt. Ne, stimmt. Wir müssen ja runter. Hier runter müssen wir. Worunter? Den Flur entlang? Den Flur... Den Flur runter. Flie Flie. Flie Flie. Immer weiter runter. Immer weiter runter. Immer weiter runter. Heiße Kamera. Oh oh. Okay, ich brauche dich gleich an der Tür. Lass dich aber nicht gewischt. Ich, ich, ich versuche alles. I do my best. Meine Spieler-Bug. Meine Spielerinnen-Bug. Ich, ich versuche alles. No, du nicht. Okay, du sagst da ist ne Kamera noch. Oh, mir jetzt mal. Ich gebe mir jetzt erstmal. Oh, Kaffee kann ich mir keinen mehr geben. Gib ich ihm hier hin. Oh. Oh. Da ist ne Kamera, siehst du? Ja, ich seh sie da unten. Ich kümmere mich drum. Shit, shit, shit. Hat er dich? Nee, gerade so nicht. So. Ich krieg dir erstmal nen Anruf. Ein Anruf von Mutti! Ich glaube, er muss sich erst wieder beruhigen, damit die Anrufe gescheit funktionieren. Gott, jetzt kommt einer von hinten. Von hinten? Weiter, weiter, weiter. Den kümmere ich mich auch. Der kriegt hier Kaffee. Alles gut bis jetzt. Okay, die Kamera. Ja, kümmere mich um die Kamera. Kamera ist aus. Okay, und jetzt? Den Flur hoch? Der Flur, da ist noch ne Kamera aufwarten. Kamera ist aus. Ja, dann musst du hier hoch, genau. Und dann, ah, nein, da war ein Ding, da war ein Anti. Ah, da ist ein Anti. Helf mir. Das ist gerne. Ah, nee, da steht ne Garte vor, ich komm nicht hin. Okay, warte, 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 dem gebe ich einen Kaffee, ist kein Thema. Oh nein, hatte ich. Und wo bringt der mich hin? Der bringt mich ja wieder ganz woanders hin. Hoffentlich bringt er mich jetzt da vorne links. Soll ich mal get out of jail free card oder schaffst du's? Warte mal, ich muss ja mal gucken, wo ich hin muss. Da, wo vorhin auch war. Oh fuck, nee, komm ich nicht hin. Ah, ganz, ganz da hoch wieder, oder was? Nee, schaff ich nicht, musst du jail free machen. Okay. Okay, ich komm wieder zu dir hoch. Okay, Kamera? Ja, kann ich noch nicht. Ich muss erst mal warten, bis meine, was meine Anti-Dings da vorbeifahren. So, jetzt. Kamera 1 ist aus. Ja, Kamera 2 habe ich noch nicht ausgabst. Oh nein. Okay, er fährt nach, läuft nach da. Okay. Okay, du musst es hin schaffen, weil sonst war es das jetzt. Ja, ich bin unterwegs. Das ist kein Thema, ich bin da. Oh, okay. Shit, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ey, dreh dich um, guck woanders hin. Oh. Na, ich kann gerade nichts machen. So, jetzt. Kommst du vorbei? Kamera? Oh fuck, okay, komm ich nicht hin gerade. Mir bringt nichts, lass ihn einfach zurücklaufen, ganz normal. Okay. Aber mal, kann ich mir hier ein Mr. Koffi ziehen? Nee, das bringt uns, glaube ich, nichts. Nicht? Weil hier läuft er mir immer noch entgegen. Ich versuche mich jetzt an diesem Gebüsch hier vorbeizudrücken. Na, ich kann dir hier ein bisschen Zeit verschaffen. Kamera? Kamera ist aus. Nein, jetzt wurde ich erwischt. Ich habe auch keine Gefängnisfreikarte mehr. Das bedeutet, du musst an ihm vorbeikommen. Wo ist er? Oben, gerade über dir. Er dreht sich. Um das Ding rum, um das Ding rum. Oh, 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 oh. Oh, das war gut, das war gut. Du bist durch. Gib Gas, gib Gas. Nimm die Pfoten in die Hand. Ich abschiede mich für heute. Gute Nacht und bis morgen, Jungs. Gutes Nächte. Alter, ist das gerade echt übel schwer. Boah, ja, ich habe tatsächlich schwitzige Hände am Controller. Versuchte ihn nach da oben zu locken, er will aber nicht. Ja, lass ihn wieder normal vorbeilatschen, das hat eben gut funktioniert. Okay, also lass ihn normal vorbeikommen. Nein, genau. Dann die Kamera. Kamera ist aus. Gut, dann. Zweite Kamera, musst du mich erst hinlassen. Kann ich jetzt gerade noch nicht machen, weil da ein McAfee ist. Also so ein Antivirus. Jetzt komme ich hin. Ist aus. Jetzt musst du da oben mir das Ding ausmachen. Ja, das ist... Oh, nicht schon wie... Herrgott nochmal, immer diese Stelle. Da vor allem, da sind zwei Virenscanner hintereinander. Und eine Guard, die dazwischen patrouilliert. Ist mega hart. Ich bin da, das kann ich immer. Ich bin da oben. Aha. Oder war da oben. ist weg wo das war knapp jetzt hat es mich wenn du einen kaffee, man kann es nicht an kaffee oder man dann war es das für heute ist ja auch spät geworden aber es ist tatsächlich sehr sehr schwer wir sind wir sind noch nicht gut genug für rot haben wir jetzt lernen müssen wirklich wirklich krasses teamplaner da ticker die zeit runter wir kommen nicht mehr frei da drin ist die polizei ein verbleibender egal du hast ja einen versuch aber weißt du was das schlimme ist ich bin nicht aufgestiegen wir fehlen immer noch punkte weil es gab nämlich nur 12 erfahrungspunkte gerade für mich könnte im dreieck hüpfen aber ein bandana habe ich bekommen bei der wünschen und spielereignung schlafender mond ich bekomme skins für alle mädels die man sich vorstellen kann nur nicht für die die ich spiele wenn ich das ist aber ich kann ich kann jetzt mal gucken wieder 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 mit bandana aussieht das das habe ich jetzt gerade bekommen ich habe den bandana dann ist aber nicht das bandana wo sind das bandana okay das ist albern ich habe eine biene bekommen deshalb aber das bandana ist für das gesicht gedacht das ist schon wieder nice das rüste ich doch gerne aus so das rüste ich gerne aus aber den kopf ich muss eigentlich müsste ich das nur mal zeigen das ist so es ist so ich rüste ich rüste ich rüste es mal aus warte lad mich noch mal ein in spiel moment sozial nur damit du das war sie ist okay so aber hier zeigt das nicht an zeigt das hier jetzt gerade nur nicht an ne grafik oder hat es gerade nicht gespeichert warte mal dann muss ich nochmal da nochmal zurück nochmal anpassen ich habe es noch grad ne hat es nicht gespeichert was denn dann hier will ich ausrüsten ausrüsten gekriegt so jetzt passt jetzt 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 kann muss mich noch mal einladen tschuldigung mein fehler jetzt jetzt siehst du was ich bekommen habe die beste kopfbedeckung ever das ist ein bandana nein das ist meine kopfbedeckung das ist habe ich als eine art hut bekommen eine oster die osterinselskulptur als kopf damit kannst du bestimmt viel effektiver schleichen ja vor allem kann ich viel besser sehen das bandana das kann ich jetzt leider nicht zeigen also beziehungsweise könnte schon zeigen in dem auf anpassen gehen weil ich will die osterinsel eh nicht haben wer will wer will schon eine osterinsel auf seinem kopf für die für die für die osterinsel kulturen ist das wahrscheinlich gottes läster um sowas zu tragen so aber ja so jetzt jetzt was dass wir noch mal einladen und das finde ich aber ganz cool das ist ein spiel das ist bei brille das ist ein brillen accessoire was dabei ist musst du mir fort musste mir foto schicken ich bin scheiße spielerke da muss ich jetzt mein händler ab oder 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 ok kurz auf twitch so als habe ich aber auch ja das habe ich noch bekommen ich habe es gedacht dass bandana ist für mich am kopf aber gut gut dann spiel verlassen möchtest du aufhören ich höre meine gott ich höre meine eigene stimme ich hasse meine eigene stimme oh gott gut dann in wir hier so was das war es für heute ich wünsche allen zuschauern ein eine gute nacht bedanke mich fürs zuschauen ich bedanke mich bei dir fürs spiel und ja wir haben null uhr nein wir haben schon nach null uhr dann ist es zeit fürs bettchen das war euer rotundi rotundis gaming area sagt tschüss und bis zum nächsten mal